Das Huawei MateBook 16s ist ein großes 16 Zoll Notebook mit 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD. Es hat zwei USB-A, zwei USB-C, ein HDMI und einen Klinkenanschluss. Im Inneren arbeitet ein Intel Core i7-12700H, der im Januar 2022 auf den Markt gekommen ist. Das Display mit 2,5K Auflösung ist gleichzeitig auch ein Touchscreen und die Webcam kann ein Stück weit Personen folgen. Leider hat es keine zusätzliche Grafikkarte, ist deswegen nicht so geil zum Zocken und kostet 1600 Euro. Aua!